Mittlerweile sind wir angekommen beim fünften Tag des poetischen Popquises. Ich hoffe natürlich, dass ich euch bis hierhin mit meinen ganzen Videos weiterhelfen konnte. Falls ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben hier auf diesem Video. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, viele denken das ja immer, dass sie es gemacht haben, dadurch, dass der Algorithmus ja immer die Videos vorschlägt. Aber falls ihr mich noch nicht abonniert habt, schaut mal gerne nach. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen über den Support. Und dann beginnen wir mit der ersten Frage, die lautet, wie heißt das Charakter-Item von Liberta? Hier haben wir direkt einen Zungenbrecher und zwar Gemini-Equilos, irgendwie sowas, keine Ahnung. Frage Nummer 2. Wenn Robin Hood mit einem Pfeil einen Feind trifft und die Energie des Ziels reduziert wird, wandelt sich der Pfeil in was, das dann auf das Schlachtfeld fällt? Hier haben wir dann in dem Fall Antwort A mit Gold. Frage Nummer 3. Welchen Feind jagt Lucilla mit ihrer Fähigkeit Mondschattenjagd in jedem Kampf zuerst? In dem Fall haben wir Antwort D, den ihr direkt gegenüberstehenden. Frage Nummer 4. Welcher Organisation gehört Lady Simona an? Hier haben wir Antwort A mit Glockenorden. Frage Nummer 5. Was ist der Effekt des von Radieschenrotunde beschworenen Sonnenhimmels? Hier haben wir Antwort D. Es ist erhöht durch verbündete Helden verursachte Heilung. Somit haben wir alle 5 Fragen richtig beantwortet. Wir können die 5 Kisten einsammeln und eine der weiteren großen Belohnungen mit den 5 Fraktionsschriftrollen. Ich habe aber tatsächlich noch eine 6. Frage und da würde ich sagen, switchen wir auch noch natürlich wieder ganz kurz den Account. So, und hier haben wir sie schon und zwar, welcher der folgenden Helden ist kein Kriegerheld? Hier haben wir Antwort A mit der guten Reine. Das soll es in dem Fall gewesen sein. Wir sehen uns natürlich morgen zu Tag Nummer 6. Macht es bis dort schon auf jeden Fall gut, Leute. und ciao.